ich 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 habe die schläge mitten ins gesicht bekommen ich habe sie mit meinem körper aufgefangen alle diese schicksalsschläge ein todesfall nach dem anderen diese lange prozession zum friedhof vater mutter margherita auf diese furchtbare weise du bist nicht zu den begräbnissen nach hause gekommen stella aber begräbnis sind hübsch verglichen mit dem sterben begräbnisse sind ruhig aber das sterben das sterben ist nicht immer ruhig manchmal keucht der atem der sterbenden heise und manchmal rassert er und manchmal schreien sie dir sogar ins gesicht lass mich nicht gehen sogar die alten bettelnde manchmal lass mich nicht gehen als ob man im stande wäre sie zurückzuhalten als ob es in unserem macht läge aber begräbnisse sind ruhig es gibt hübsche blumen dabei und in was für herrliche särge verpackt man die toten wenn du nicht am bett gesessen hast als sie schrien halte mich dann kannst du dir diesen kampf um jeden atemzug um jeden blutstropfen gar nicht vorstellen nicht einmal im traum kannst du dir das vorstellen aber ich ich habe es gesehen gesehen hörst du und jetzt sitzt du da und deine augen werfen mir vor dass unser besitz durch meine schuld verloren ist durch meine nachlässigkeit wie zum teufel hast du dir denn vorgestellt dass für alle diese krankheiten dieses sterben geld aufgebracht wurde wer hat es denn bezahlt all das der tod ist teuer er kostet geld fräulein stelle die alte cousine ist gleich nach der margarete gestorben sie auch ja der sensenmann hat ernte gehalten in unserem haus stelle er hat zu seinem hauptquartier gemacht das ist 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 das